Den vierten Part von Let's Play Annas Quest beginne ich mit einer Erkenntnis, die ich gewonnen habe aus dem letzten Part und zwar, als die liebe Anna da unten diese Katze angeguckt hat, hat sie gesagt, oh die arme Katze ist so müde und hat kein Körbchen oder so, nochmal, vielleicht sagt sie es nochmal. Awww, der poor guy sieht so tired, hat die schmerzige Katze dir nicht ein Bett gegeben, hm? Nein, hat sie nicht. Und dafür dürfte das Kissen sein. Was für eine schade looking thing. All flat and lumpy. Ich kann es kaum schlafen. Aber für die Katze wird es doch gut genug sein, hoffe ich. Jaaa. Okay, Kitty. Naptime. Nein? Nicht interessiert? Ich denke, ich habe die richtige Idee. Nur, vielleicht ist es nicht genug für ihn noch. Okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Jetzt kann ich den Hut rollenstopfen. Ich muss es auf der richtigen Spur benutzen, also vielleicht nicht hier. Haha. Okay, gut. Dann, ähm, ich brauche irgendwas Flauschiges, würde ich sagen. Joa, haben wir nix Flauschiges. Kann ich denn nicht das Kissen in... Äh, nah. Ich denke, das wird nicht helfen. Kein Stofftier da reinstopfen. Teddy, nicht. Stuhl, kann ich denn eigentlich, habe ich noch eine Schere oder so? Kann ich denn ein Teil aus dem Stuhl? Nein. Nein, er ist zu süß. Ich mag ihn, wie er ist. Okay, war doch nochmal. Ein Hornpuppe. Ich denke, Mr. Unicorn hat genug für einen Tag. Ja, aber den... Hm. Der ging doch, glaube ich, im letzten Part auch nicht, da reinzustopfen, oder? Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ähm... Was habe ich denn hier sonst noch? Bett, vielleicht kann ich ja... Bett, was rausschneiden. Nein, das funktioniert nicht. Das Stoff ist so, so nett und so leicht und so leicht. Ich kann nur mein Gesicht auf dem ganzen Tag legen. Uuh. Ha. Geht das? Sie wissen, das würde definitiv dieses Pillow leichter machen. Aber, well, es würde trotzdem flatt und kümmern sein. Okay, also die beiden kombinieren es in Ordnung. Ich brauche irgendwas zum Reintun, Leute. Was ist denn das eigentlich? Ah! Das konnte ich aufsammeln. Aha. Ich habe es aufgesammelt, aber ich habe es auch nicht aufgesammelt. Mal Sachen und Suppe. Ich frage mal Ben, ob er was weiß. Hi, Ben. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Ähm... Irgendwelche Vorschläge? So, any ideas? Well, um... Couldn't we just kind of explode the wall away and just run for it? Run for our lives? Um... Ben, I... I'm not sure that's the best idea. I don't think it's exactly strong enough to just blow away walls. Oh. And if the witch sees us escaping, we're done for. I think if we're going to get away from here, we need to be more careful. Find some way that's quiet, without her noticing us. Ja, das ist schon zu spät. Ich habe jemanden gefunden, der uns helfen kann. Ich habe jemanden zu helfen. Ich habe jemanden, der Name ist Euringo, und er weiß ein secret Weg aus. Ich war gerade da, als er plötzlich kam, und sagte mir über das. Oh, wow. Das ist wirklich gut. Um, aber Anna, was du mit dem, dass er plötzlich kam? Well, du siehst, er... Er ist ein ghost. Oh. Um... But it's okay, Ben, it's okay. He's a good ghost. And he's stuck downstairs. He won't bother you, I promise. Oh, okay. Phew. Yeah, that is good. Pfff. Ben, was, wenn wir nicht entkommen können? Ben, what if we can't get away? In the end, we might not be able to escape the witch. Yeah, I did think about that. I just would feel bad for you. With your grandpa and all. Your grandpa is sick? Yeah, I don't even know what it is. It was so strange. One day he was perfectly fine. He was even working with the crops. Then the next morning he just... couldn't get up. Oh my, I'm so sorry, Anna. We'll find a way out and find a cure. I better keep looking around. Okay, Anna. Good luck. Danke dir. Hm. Oh, was ist denn da? Puppe. Einhorn. Puppe? That thing was there before I even got it here. It really, really freaks me out. Äh, ist das hier? Ach, schaut mal, da ist wahrscheinlich... Das ist das, was ich als Grafik fehlgesen habe. Da ist noch was. That thing scares me enough as it is. I don't want to start imagining it talking and coming to life. Okay. Nope, doesn't work. Hmm. Hmm. Ich versuche mal, Ben das Kissen zu zeigen. Ich glaube nicht, Ben will das. Er will nur einen Weg raus. Ja, ich auch. Ah. Ich setze mich... Ich ver-ver-ver-klicke ich mich. Okay, das war lustig. Zurück zu escaping jetzt. Okay. Nochmal. Maybe this isn't the right approach. Maybe not. Ich gucke mir das Kissen mal nochmal an. What a sad looking thing. All flat and lumpy. I barely get any sleep on it. Hmm. Muss ich... No, that won't work. That won't work. That won't work. Maybe this isn't the right approach. Hm. Leute, ich weiß es nicht. Ich gucke mich mal offscreen weiter um. Ähm. Und wenn es ganz blöd läuft, dann gucke ich in der Lösung nach. Äh. Ich muss aber erst mal nach einer Lösung gucken. Also Leute. Bis zum nächsten Part. Äh. Nein, Quatsch. Nicht bis zum nächsten Part. Äh. Bis gleich. Ich schalte gleich wieder zu. Bis gleich. Oh, Mr. Unicorn. I'm honestly really, really sorry. But I just have to do this one last thing. Oh dear. I hope this stuffing was worth it. Poor, poor Mr. Unicorn. Ich habe einfach das Einhorn jetzt angeklickt und das war's. Also hier habe ich eine Füllung bekommen. Hm. So soft and fluffy and nice to touch. Ich denke, das hat mir gefehlt gehabt. Oh, wow. This looks so much comfy. Why didn't I think of this before? Weil du das dem Einhorn nichts antun wolltest. So, jetzt kann ich das Samt da drauf tun. Jawohl. I think I've outdone myself with this one. This is surely the most comfy pillow ever. Aller Zeiten gleich gut. Dann gehen wir jetzt mal runter zur Katze. Die ist immer noch da. Also nicht die Katze, sondern die Winfrey, die? Getting that collar isn't going to be so easy. Ich dachte, ich hätte... I think I've outdone myself with this one. This is surely the most comfy pillow ever. Ja, und das würde ich jetzt ganz gerne nehmen. Ah. All right, Kitty. Nap time. Oh, how cute. Curse you, Anna. Ach so, das war's. Kannst du angucken? Look how cute he is. All sleepy like that. That was my chance to get that necklace. Allerdings. Okay, angucken. Wow, such a pretty thing. I think I've heard about these before. They're meant to be worth a lot of money. So it might help me find medicine for Grandpa. Diamonds are the girls' best friend. Okay, ich versuch's mal hier. Looks like that worked. I think I'll hang on to this diamond too. Could come in handy. Open this drawer right now. So, jetzt habe ich aber noch das Thema, dass ich... Also, das hat gut funktioniert. These two lights here must be for the two different locks. Once I figure this out, though, we can finally get out of here. Ja, und einer ist jetzt mal grün. Und wie kann ich denn jetzt hier aufzeichnen? I would be able to record the witch with this if I wanted to. But until I'm able to fix the microphone and speaker, I can't. Okay, also den Speaker, den kenne ich der ist oben. Curse you, Anna. Aber Mikrofon wird schwierig. It's usually meant to record what you say into it. Only it seems like the microphone and the speaker in it are both broken. Curse you, Anna. Okay, du magst uns nicht... Oh, da war ein Fenster noch. Entschuldigung. Das Fenster gucke ich mal auch an. Okay. Hier habe ich Strom. Also, ich versuche mal mit unseren Kräften... Mal nur mit unseren Kräften dieses Teil darunter zu holen. Schauen wir mal, ob ich jetzt den restlichen Weg ausgelaufen kann. Ja. Ich hoffe, dass der Fall nicht zu viel Dramatis zu tun hat. Gut, gut. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Mikrofon, wo auch immer ich das herbekomme. Monitor, Maschine, ich gucke mal auf den Monitor. Das Ding geht einfach und geht. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber es ist sehr hypnotisch. Mir noch nicht ganz klar. Okay. Nice. Seems to be in working order now. Okay. Daisy, Daisy, give me your answer, do. That was fun. I think I best get back to escaping now. Okay. Reparierter Recorder. Ich brauche gar kein Mikrofon mehr. Hat der Lautsprecher gereicht, oder? Wenn ich das richtig interpretiere. Dann gehe ich jetzt mal runter. Und gehe zu Winfriedi, äh, zu ihr hier. Und versuche, sie aufzuzeichnen. Halt. Hat ich genommen. Eigentlich, wenn die Safe braucht, ihre Sprache zu öffnen, könnte vielleicht eine Rekordung von sie funktionieren. Also, äh, wie ist die Wetter da draußen? Was? Wie schreitst du dich? Du wirst warte, Kind. Du wirst das nicht. Oh, du wirst das nicht. Ja, das sollte das machen. Wird du, Anna. Ha ha. Daisy, Daisy, give me your answer, do. Error. Unidentified voice. What? How dare you? You just wait, Kind. If you'll regret this. Oh, you will regret this. Ha ha. Ha ha. Finally. It's stuff. Let's see here. An amulet. Some blueprints of some sort. And, uh, Book of Witchcraft. It's full of spells. Oh, what's this? A portrait? This is a little unusual. It's a family portrait, but who's family? And why does the witch have it locked away? The lady looks a bit like the old witch. Only, different. I wonder if it's a relative of some sort, maybe? The corner has been ripped out, too. Another person was in this picture before. I guess the witch didn't want them in there. I don't know what the witch is up to, but I'm going to hold on to this. These people may be in danger. If I ever find them, I should warn them. Ah, here we are. A button. Well, here goes nothing. Oh, wow. A door. This is it. Our way out. I'll go check ahead before I get Ben in case there's anything that would scare him. No, it can't be. It's just... It's just a basement. A dead end. Huh? Greetings, young one. Ah! What is this? Shh. What? Shh. And greetings again. What a glorious fate that has brought you to this end. Oh, um, thank you? Tis so long I have waited in the dust and the gloom for your ill-fated arrival to me in this room. You... knew I was coming? Indeed, my dear Anna, for I see far and wide. The witch used me to find you. You had no place to hide. Oh, I see. Oh, but where are my manners? Since now you've come hither, I have no name to greet you by, though you may call me Mira. Well then, hello, Mira. Pleased to meet you. A pleasure, dear Anna. A pleasure indeed. Please ask me your questions, for I have answers you need. Oh, Leute. Ein sprechender Spiegel, der lustig, aber verzeiht mir diesen Kommentar, ein bisschen billig gemacht ist vom Gesicht her. Aber ich bezeichne es mal als ausreichend. Und spätestens jetzt wird garantiert, dass wir in einem Märchenspiel sind. Sprechende Spiegel sind ein eindeutiges Indiz dafür. Gut. Weißt du, wie ich aus dem Turm hier herauskomme? Wie geht es meinem Opa? Geht es ihm gut? Ähm, übrigens, da ist auf dem Bild, war das der Opa? Vielleicht. Kann ich Ben irgendwie von diesem Zauberspruch befreien? Ähm, ich frag mal als erstes nach Opa. Wie ist mein Grandpa? Wissen Sie, ob er okay ist? Es ist so lange, seit ich zu verlassen. Und diese Wälder und... Das stimmt, ich mache, Anna. Und mit deinem Grandpa I see that he does not succumb to the curse, is he? Curse? What do you mean, curse? Look, I'm sorry. I appreciate the help. I just don't understand these rhymes. You're only getting me confused. And... And... I'm just so worried about Grandpa. I miss him so much. Come now, dear girl. Please not be afraid. To help people like you, tis why I was me. Watch closely now, for I travel far. To bring you the image of your beloved Grandpa. Really? Grandpa! Oh, no. He looks even worse than before. I cannot create lies. Tis the truth I must speak. And the tragic truth is with each day he grows weak. What can I do, Mirror? Where do I need to go? Through the witch's dark woods over the east cliffs of snow lies the lonely village of Wunderhorn far down. Within here, these quarters, lies a magician of heart pure. Find him, dear Anna, and you shall find your cure. A cure. I knew it. The village of Wunderhorn. Thank you, Mirror. Really? I can't thank you enough. But let's not be hasty. You must first take heed. You cannot simply escape for protection you still need. Oh, meine Güte, Leute. Was ist das denn für eine coole Wendung? Und ich finde es auch toll, dass Sie ihn hier in Reim entsprechen lassen, so wie man das aus einem Märchen gewöhnt ist. Und dass Sie das auch hinkriegen, dass Sie bei den Übersetzungen das relativ gut in Reim erfassen. Bin ich begeistert. Leute, mit dem Zauberspiegel unterhalten wir uns weiter im nächsten Part von Let's Play Anna's Quest. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier einiges werden durchsuchen können und viele, viele nützliche Dinge finden. Und vielleicht kann uns der Spiegel ja auch sagen, was wir davon alles brauchen, um hier aus dem Turm zu entkommen. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich sehe schon, die Hexe hat über uns recherchiert. Aha. Gut, Leute. Bis zum nächsten Part und schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Bis dann. Ciao.